Ready, aim, fire! Und ja, wir würden sagen, danach, wenn einer dann stirbt, dann ist er raus, oder? Ja. Ja, gut. Nach Tod, dass man raus... Also man muss ja noch nicht betteln, ne? Man kann ein bisschen ja auch weitermeinen. Ja, ja, aber ich glaube, wir wollen alle dann, glaube ich, wohl anfangen zu betteln. Alter. Ach ja, und wir haben das Nether resettet, weil wir alle, wir waren alle dafür, den Nether zu resetten, weil einfach keine Burg oder so ein Bullshit da war. Und ja, jetzt haben wir einen neuen Nether und ja, genau. Ja, wir haben uns überlegt, Gesprächsthema dieser Folge. Arendt, hast du den Teimer an? Ja. Gut. Dass du mich dran erinnerst. Ja, daran denke ich nämlich auch nie. Okay. Typisch Ranch, T-T-T-T-T-R-A-N. Typisch Ranch, T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T, kennt ihr doch typisch das? Ach, fuck, ey, ich habe mir vergessen meine Heimler zu geben, leu. Ja, und im Gesprächsinnung dieser Folge ist eigentlich... Wir wollten so ein bisschen über unseren Channel reden und was da noch so alles passiert, was wir letzte Folger ausstattet, ein bisschen angelabert haben. Aber es war ja nichts. Fangen haben, zu darüber zu sprechen. Dann sind wir irgendwie abgeschweift, also auch nicht. Aber ja, abgeschweift. geschweift ja also abo special machen wir ab 100 erst eins und da können wollen wir als abo special das ist die frage das ist jetzt die frage ich hab mir vielleicht also so eine verlosung fand ich auch irgendwie ein bisschen leben so was wie muss halt um und abonnenten ist ja wohl viele jetzt so um die richtung muss so jetzt mal gucken was soll ich jetzt sagen verdammte scheiße in der und so durch nicht sagen ich will ich hätte mal so eine frage ich weiß zum Beispiel was ist bei YouTube mit Beleidigungen was wird denn da gesperrt und so eine scheiße wie im Video direkt meint ihr jetzt die Kommentare oder wie nein 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 wenn ich jetzt sage fick dich zu gut und so ja ja zum Beispiel ja ja wenn das jetzt jemand meldet guckt ich glaub da hat warum meldet warum sollte das denn bitte einer melden das juckt doch keine es gibt ehrlich Leute die melden das dann wird das Video angeguckt von den Leuten die sich das dann angucken halt und dann sagen die gespürt wenn ich bescheuert habe ich meine Leute die es halt an der Welt für alle Leute als ich nicht in der Zeit ich nehme es einfach mal als Beispiel Blut und Tams ja ich jetzt bei Schwer braucht man dazu nicht sagen ja ja aber bei den Meldungen ja aber die haben natürlich auch Hälter hat aber wir haben auch hat er wir haben auch einen Hälter der jedes Video direkt ist leicht und ich weiß auch wer es ist dummer Pisser hier Nomsi und wir haben ihn sogar mit ihm aufgenommen geht gar nicht na egal wieso hättet ihr eure Videos schufen ich weiß auch nicht also zumindest hat er das mal gesagt aber irgendjemand ist instant disliked jedes Mal wenn ich nach irgendwie 10 Minuten hochladen so auf dem Channel schaue ich weiß nicht wie aber das Video ist immer instant disliked einmal kickvote wobei ja genau ach so ja das ist go tis go style ja und ähm ja also ich denke jetzt nicht dass das irgendjemand mit uns melden würde und dafür die würden doch keinen Aufwand machen um so einen No-Namer zu melden alter ansag mal theoretisch nicht praktisch weiß ich nicht er hat geiler ich habe mich damit sowieso los das okay nächstes Thema die Sorge zu uns anreden oder so ja also ich auch der Ort ist das Thema ich meine Thema über Channel eigentlich ja ja ich habe Blattnummer und ich nehme auch den Morgen ja ja äh denn die Wunder nimmt jetzt auch auf der Wolksmann versuchen ja ja und es wird demnächst auch ein Nichter ein Spiel von mir Let's Play von mir alleine welches die Beine auf Weisig Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott warum heilige warum das neue Weg wo das ist ja ich glaube ich denke schon Ort Telefon bei mir das ist jetzt ich bin bestimmt ein Klingel schon richtig geil wieso ist hier eine fucking Fackel ich weiß es nicht warum sag es mir ich habe auch keine Spitzhacke mir wiedergegeben ich komme hier nicht mehr raus oh lol ey ja vielleicht solltet ihr wissen dass ich letzte Folge der wo wir nicht aufgenommen haben einfach in mein Loch gefallen bin weil wir gemacht sind ja dabei geben wir in die Sachen wieder die Lappel hatten die Lappel Lippel hat er nicht zurückbekommen immer noch mal Gämmel und naja ich gebe ich dir jetzt gehen wird ja ich komme hier nicht raus du hast bestimmt Holz und das bestimmt ja Holz reicht auch aus oh oh fuck ey ich bin jetzt hier da unten gegangen und hab gedacht ja einmal hast du ja dabei wollt du eben nether vorteil machen ja scheiße gedacht ja ach schief ja ähm ok jetzt mal ernst auf was könnten wir als Abospecial machen also nicht ihr habt keine Ahnung oh ich hab ich hab voll die krass Idee Chris macht 48 Stunden da ist jemand joo als ob wenn ich das dann alleine machen würde und wie viele würden denn zuschauen zwei und das sind dann wir selber hat die Wort gut genug was das Internet war auch gut genug ja na klar ja na klar ja na klar ich stehe nicht mitmachen ich will ich bin ja aber aber was will man das als Abospecial so ein 48 Stunden live stream joo keine Sauer hat da jemand so 48 Stunden lang zuschauen ja ne ich würde nicht die ganzen ja aber ihn kann dann eben zu viel dann so die Zuschauer die kommen auch so das sind nicht nur die Leute die auf YouTube gucken die es gibt auch die die gucken einfach bei Twitch rum das ist so ja ok was ich mir überlegt hatte als Abospecial was richtig assi wäre ist irgendwie sowas ähm so ne scheiß Verlosung wo man halt Abosabonnent sein muss und dann abonnieren die sie abonnieren die dich nur für dieses scheiß Abospecial und dann sind sie direkt wieder weg ja das sowas finde ich sowas magisch nicht ich will schon solche aktiven so wenigstens so visual aktiv ja ähm was gibt es denn so für Arten von Abospecial ey ne ich würde das einfach erstmal mit dem streamen jetzt stream mal da ja schluss äh ich bin halt durchs nether du bist in nether gefangen nein ich bin äh ich weiß ich bin halt rausgegangen und ich weiß jetzt nicht ob ich innerhalb also ist es eigentlich neu ja ja gut aber ist leider keine Festung in der Nähe ja ok erzähl weiter ja und ich weiß jetzt nicht ob ich dann wo ich rausgekommen bin innerhalb der Festung äh der Kuppel ist nein ja oh mein Gott aber ich weiß nicht mehr wo ich verreckt bin aber äh ich finde das ich hab's schon gefunden alles safe ey warte wo bist du spawnt bist du am spawn gespawnt ja äh kannst du ihm die Cordis dann sagen weil ich bin 27 scheinbar ne kein bock ja dann bin ich das kann ja sein dass ich jetzt außerhalb der Kuppel bin weil ich jetzt muss ich das nochmal hochbauen oh man ja also es lohnt sich schon hart was ich hier mache ich glaub wohl auch ich hab's für keine ahnung was du machst aber ich glaub wohl auch ich glaub es fällt auch gar nicht auf wenn ich mich so mit netherrack hochbaue ne tut's nicht ich wette jetzt sieht man mein neues Etikment auch wenn es nicht neu ist ich wette irgendwie so oh man sieht's nicht jetzt muss ich mir Cordis aufschreiben alter nein ja der fällt schon wieder runter alter das ist so behindert wenn man vorher Counter-Track gespielt hat ne warum was ist das für Cordis? das sind halt Cordis ne ist es spawn? nein ja sozusagen ist es in der Kuppel? äh ja boah ich bring mich hier gleich um äh ja sagen wir mal so wir haben die Zeit erreicht echt jetzt? 20 Minuten nein 15 nein 20 Minuten nicht klar ich schneid doch wieder unsere Unentricksgelaber von uns raus ach so schau so einen Moment hier wir waren wieder viel zu lange leise ey wo waren wir grad zu lange leise? ich hab grad rumgeschriegt das war jetzt nur ein Joke alter ich glaub der der Rancy ist oh ich bin außerhalb der Kuppel bin ich gespawnt okay dann lauf ich sofort zur Kuppel wieder rein ich glaub der Rancy ist hier am meisten gestorben oder? ja klar der ist immer an Fallschaden gestorben ja ich überhaupt nicht nein okay das sind eigentlich für euch ganz uninteressante Koordinaten sag ich euch jetzt schon wenn ihr dahin laufen wollt ne ich glaub einfach ich bin einfach in die Richtung gelaufen wegen der Kuppel aber jetzt sehe ich ja die Kuppel schon ja übrigens Kev danke für den Tipp ich verrate ihn euch auch mal ja ich hab gesagt wenn du Essensprobleme hast nimmst du Schüsseln mit und äh nimmst du Schüsseln mit in den Nether und weil da gibt's halt von beiden Pilzarten halt richtig viel ich hab jetzt von beiden ok von den braun nur noch halben Stack oh hier sind wieder welche ach du hast auch ne Blaze Rod bekommen jo ich hab äh Blaze Spawner und äh gefunden hab den abgebaut und Nether Warzen hä? was ist los? was? ich glaub meine Schrift hast du Punkt 2 und ich hab äh und ich hab äh Nether Warzen auch schon gefunden Chris ja ich hab auch Nether Warzen grad schon gefunden hä? ja? ja in der Kiste in ner Festung halt ah scheiße was? ich hab die Kisten vergessen oh mein Gott ja jetzt alter oh mein Gott ja was? ich hab grade diese oh man scheiße das funktioniert oh man ich hatte grade diese Power Idee ich kenn mir einfach so ein Pferd und Reiter dann da rum so ich auch ich hab die Pferderüstung und äh und nen Sattel aber ich glaub nicht dass hier irgendwo Pferdes aber da sind nirgends ja ich bin da schon wie sie das sind alle alle in der Erde am Arsch doch ich hab sogar schon welche gesehen nein in meiner Base ist alles voll mit Pferden ja ich möchte aber nicht äh so ok bin kurz stumm umkehrt keine er ist er ist dead 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 exciting oh yeah alter oh mein Gott bin ich geil nein was? Renzi alter wie kann so was passieren? ich hab keine Ahnung wo das war ja musst du zinlatschen dein Plan wo das war oh shit aber oh 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 mein Gott alter oh 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 ja viel Spaß wünsche ich dir schon mal nur wer wird auf jeden Fall die 20 Minuten erreicht jetzt echt jo 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 wartet noch bis Kevin da ist nein doch doch so ich bin äh das klingelt halt immer noch aber ich hab keine Lust dran zu gehen so wir haben jetzt auf jeden Fall ja es voll aber ich bin immer noch stumm dann so lange oh alter ja ich bin äh Ende jetzt auf jeden Fall die Aufnahme hier ja ok ähm ich sammle hier noch kurzes Zeug an und dann würde ich sagen jo Kevin kräft jetzt einfach deine Fresse okay mach mal Schluss äh ja Leute wenn es euch gefallen hat bewertet es mit einer also gebt einfach eine positive Bewertung ach ich bin ach ich bin hast einfach eine positive Bewertung da wenn das Video gefallen hat ja wenn äh wenn es euch gefallen hat jetzt nicht die streiten sind die Endgert dann gebt uns einen Daumen nach hoch wie Albladi das sagt wie Dönerboten Ali das sagen würde und ja wenn es euch nicht gefallen hat dann gibt es keinen Daumen nach runter schreibt einfach in die Kommentare was wir verbessern können denn Spaß wird euch wirklich nicht gefallen hat äh dann gibt es doch runter und sagt uns dann was euch nicht gefallen hat also konstruktive Kritik und der Grenze der ist am Verrecken ja und äh ja dann sehen wir uns nächste Folge und das war's jetzt das glaube ich in der dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal tschüss 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 so Leute das war's sonst für dieses Video wenn es euch gefallen hat lasst wie meine positive Bewertung da wenn es euch nicht so gut gefallen hat und ihr das Video negativ bewertet hat schreibt bitte in die Kommentare was euch nicht so gut gefallen hat und wir werden versuchen jetzt natürlich zu verbessern sonst geht wie immer oben könnt ihr abonnieren würde uns helfen äh ihr könnt das Video auch gerne favorisieren teilen alles mögliche was geht verbreiten dass unser Kanal auch mal ein bisschen größer wird und wir euch mit unseren geilen Videos äh beglücken können und ja oben könnt ihr wie immer abonnieren und kommt ihr zu unserem letzten Video Castle Crashers da hab ich ganz alleine getockt wie eigentlich immer bei Castle Crashers und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal tschüss 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 tschüss